In diesem Part wird es ziemlich stürmisch sein, in den Rennen und in dem Battle-Modus. Also, bleib gespannt und lass ein Like da. Es wird Zeit, in Mario Kart DS wieder betrogen zu werden, und zwar im Spiegel Cup. Wer wird heute auf die Probe gestellt? Knochen-Trocken! Und ich glaube, ich nehme sogar dieses Kart. Ja! Let's go! So, im letzten Part hatten wir ja den hier, den Panzerkarpf, jetzt kommt der Blumenkarpf im Spiegel. Mal sehen, wie es heute laufen wird. Ich hoffe, wir werden wirklich Glück haben. Ich hoffe wirklich. So, 1, 2, 3 und los! Turbo stand zumindest nicht verkackt, aber item schon weggenommen. Na, klasse! Das fängt schon ja richtig gut an. Muss ich sagen. Das fängt richtig nice an. Und dass es so nice anfängt, jagt mir schon ein bisschen Angst ein. So, Rot als vierter oder fünfter. Nicht so geil, aber okay. Ja, Bob-Omp auch nicht so geil. Aber wenn ich damit treffe, wenn ich damit treffe, dann ist das nice. So. Take this. Oh, shit. Obwohl es hat ihn noch getroffen. Getroffen! Und dann wurde ich von dieser Shell getroffen. Äh, Panzer. Äh, Banane! Man kann eine Shell von einem Panzer und von einer Banane unterscheiden. Obwohl, Shell und Panzer ist dasselbe. So. Gib mir was Gescheites. Ja. So. Jetzt noch ein paar Plätze. Gut machen. Und das war's. Aber da ist ein Bob-Omp rumgeflogen. Ey! Wie? Jawohl, Donkey Kong! Was habe ich dir getan? Was habe ich dir getan? Haart tot. Hier hat... Yoshi! Take this! Ja, die... Am Ende, kurz vom Ziel, so... Eiskalt überholt, dieser Arsch. Kommen wir dann zu hier. Perzeller Telfino. Also, diese Part schaut wirklich nice, muss ich sagen. Wirklich nice, Kappa. Ich werde hier wieder einen Goldpokal holen. Kappa. Als wir gegen diesen Drecks Donkey Kong. Ja, wie soll ich dir auch so schnell? Sag... Ne... Wieso ist der so schnell? So, hier. Jetzt trägt ihr alle um die Fresse. Okay, nicht alle, aber ein paar. Bowser, geh mir aus dem Weg! Falsch gedriftet. Nice. Aber im Stiegle-Modus ist das normal. Ja, hui! Bowser. Ah! Einer zumindest getroffen. Yeah! Jetzt kann ich mich freuen. So. Jetzt hier ein paar Busten raushauen. Hat leider nicht geklappt. Dann hier. Oh Gott, bin ich blöd. Ich bin einfach blöd. Wieso machst du keine Schrift, wenn ich es dir sage? Ey, so, Bowser. Ciao. Wow. So. Nicht schlecht. Nein! Nicht runterfallen. So. Drei... Drei Bananen jucken mich nicht. Also die von Bowser, meine, jucken mich schon. So. Come on, DK. Oh, DK, was sag ich, DK? Come on, Knochen trocken. Wir müssen das hier holen. Wir müssen das hier holen. So, da kommt niemand durch. Da kann man sehr schwer ohne Treffer durchkommen. Deshalb. Man muss auch dumm sein. Man muss auch dumm sein. Man muss auch dumm sein. Aber der erste Platz gehört mir. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. So, Waluigi flippa. Flippa und nicht flippa. Ach Gott. Mein Hals tut mir schon von den ganzen Geschreien weh. So ist es halt. Gau. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Die Musik, äh, 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 ist nice. Der App. Oh Gott. Nein, Bowser! Oh. Ja, jetzt freut er sich bestimmt auch. Jetzt freut er sich bestimmt auch. Dass er mich wegstoßen konnte. So, dafür fliege ich am längsten. So. Und drei Rote trifft. Daisy trifft. Daisy trifft. Daisy trifft. Daisy, natürlich treffen sie sie nicht. Das ist ja klar. Ne. Wieso? Wieso? Wieso sollen sie sie? Sie auch sie treffen? Wieso? Das ergibt ja keinen Sinn. Wieso? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Pause! Hau von hier ab. So. Man muss aber auch dumm sein. So, haha, nein. So, jetzt dir. Wow. Wie will ich da durchkommen? So, 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 so. Ich bin ganz nah an Daisy dran. Bitte, bitte, trifft sie. Stark hier und es leckt. Es leckt. Also, so, 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 so. Also, frame drops. So, yes. Daisy ist damit erledigt. Aber man muss nicht so dumm sein, um auf die Bananen drauf zu fahren. so ich mache das schon mit dem drift muss schon vorher ouch so schön scharf banane ja und jetzt ab auf die 1 bitte nein oh gott ich will nicht immer fahren werden oh wie habe ich das alles überlebt keine ahnung und jetzt flex ich noch haha und jetzt habe ich doch so geflext jahre aber man wie hat mir kann das jetzt niemand nehmen diesen flex mir kann das jetzt niemand mehr nehmen so pilz pass ist es die dritte oder die vierte strecke keine ahnung die vierte also nach dieser strecke ist dann auch ende mit dem cup ich weiß nicht soll ich dann nochmals schein battle machen eine runde weil so so kurz will ich die parts auch nicht gestalten so ich will ein bisschen legen wir werden ja auch bald diese strecke den pilz pass in mario kart 8 deluxe sehen das wird nice deluxe oder deluxe hängt von der aussprache aus hier habe ich eigentlich der lüx gesprochen aber irgendwie habe ich mir der lachs angesprochen stahi rote hat leider an ihn hat doch jemand getroffen weil ja noch ein trocken freut sich so nein nein fack haha da sie wurde vom auto getroffen Pause! Take this. Ja. Ey! Das ist unfair! Und so schnell kann es da hingehen. So schnell kann es da hingehen. Also ich könnte halt wirklich Best-Offs schneiden von meinen Videos, aber keine Zeit und ehrlich gesagt auch keine Lust. Bin eher nicht so der Schneider. So, haha. Es wäre jetzt noch so geil, hätte ich sie auf das Auto gestoßen, aber nein. Nein, sie kriegt keinen Windschatten! Äh, das war die blöde Idee, die ich jemals hatte. So, die sind in meiner Reichweite. So. Und so. Easy. Let's gehen! Ja! Und damit haben wir den Goldpokal auch hier. Ich skipp mal wieder die Siege. Okay, kein Goldpokal, aber egal. So, und mach dann noch ein hier Wettkampf. Und so ein Signieren, das Räume, Toadie. Komm schwer, Kurs fehlen. Äh, voll, das Zufall. Den Regelfrei, Team auch so. Ich mach ein paar Runden. Einfach nur zum Lachen. Und das war's. Weil ich noch dann zwei Videos herfertigstellen muss. Also bearbeiten dieses hier. Und dann noch das Unboxing-Video zu Game & Watch, die Zelda Edition. Und, ja. Dann kann ich eigentlich auch schlafen gehen. Aber, okay. Wo sind Shines? Ich brauch Items. Items brauch ich. Items. Ah, wieso wurdest du nicht getroffen? Wieso wurdest du nicht getroffen? Also, ich bin der mit den meisten. Und ich glaub, alle fliegen jetzt raus. Nein. Aber bald fliegen alle raus. Es sind Coms wirklich auf Schwer gestellt oder auf Nubik. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Halt. So. So. Ich glaub, sie sind wirklich auf Nubik eingestellt. So. Du wirst dich von meiner Schein wegdrücken, Luigi. Schaffst du aber nicht. So. Den G gehört mir. Und das sollte eigentlich auch mir gehören. So. Ich hab sieben. Es wird wahrscheinlich jetzt eins gegen eins gegen Daisy kommen. Aber das gewinne ich easy. Wenn ich nur wüsste, wo sie ist. Weil sie mit ihrer Roten... Ihre Rote ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber sie benutzt sie nicht. Sie ist wirklich dumm. So. Komm, und sie fliegt raus. Ja. War klar. Komm, eine Runde mach ich noch. Und dann. Ja. Oh. Auf dieser Strecke wäre geil. Diese Strecke ist geil. So. Meine. Meine. Du Arsch. So, ich habe sogar jemanden getroffen. Meins! Ey. Ich sehe nichts. So. Meins. Meins. So. Keine Ahnung, wo die Schein ist. Aber du kriegst sie nicht, Luigi. Okay, ich auch nicht. Aber Hauptsache Luigi nicht. So, Luigi ist damit hiermit auch raus. Aus dem Spiel. So. Weil Luigi hat die meisten. Der. Der hat eine verloren und die gehört mir. Die gehört mir. Du Arsch, Mario. Ich hoffe, du weißt, dass du ein Arsch bist. So. Nein, Yoshi! Yoshi! Yoshi mit Sternen! Oh Gott. Ha, Luigi! Baluigi! Besser gesagt. Ist ja der Fachbegriff für... Ist ja sein Name. Fachge... Fachbegriff. Ich bin dumm. Name. Name. Name! Und kein Fachbegriff. Also Yoshi fliegt raus und dann auch Waluigi. Waluigi wird auch jetzt rausliegen müssen. Weil ich ihn jetzt mit der Banane Hiten machen. So. Ha, ha! Ha, daneben, du Idiot! Ey, das macht so Spaß! Und damit beende ich diesen Part. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich mit meinem Daumen nach oben freuen, über ein Abo, aktiviert die Glocke und schaltet die nächste Folge ein. Bis dann und ciao! Untertitelung im Auftrag des ZDF gegeben